Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Forza Horizon 4 hier auf dem Pixel-Laden-Kanal mit mir, dem Ray. Ich habe mir gedacht, in dieser Ausgabe widmen wir uns mal der ersten saisonalen Herausforderung, denn über die kommen auch anscheinend Meisterschaften rein. Ich habe mir das mal ein bisschen oberflächlich angeschaut. Wir gehen auch mal ganz kurz raus, dass ich das euch auch auf der Karte zeigen kann. Und ja, der Kia Stinger hier, den werden wir in dieser Folge fahren. Den habe ich nicht umsonst jetzt am Anfang ausgewählt. Und zwar, wenn wir mal hier auf eben Herbstsaison jetzt zum Beispiel gehen und dann auf, also hier drauf, und dann können wir hier auf Karte ansehen machen. Da sehen wir alle Wettbewerbe, die eben entsprechend zu, ja, zu dieser Saison gehören. Und da seht ihr immer, man kann entweder ein Fanrennen fahren oder aber eine Saisonmeisterschaft. Und Meisterschaft heißt ja für mich eigentlich Meisterschaft. Also ich hoffe mal, dass das so ist. Und hier sehe ich eben eine, die eben auch sagt, A800er Superlimousinenbeschränkung. Und genau, die würde ich ganz gerne eigentlich machen. Aber bevor wir die machen, müssen wir natürlich unser Fahrzeug erstmal auch ein bisschen aufbauen. Bis A800 geht noch ein bisschen was. Und deswegen, upsala, werden wir das jetzt auch direkt tun. Betreten wir das Ganze einfach wieder und gucken mal, was wir denn machen können. Bevor wir aber, glaube ich, ins Tuning springen, holen wir mal unsere Scheunenfunde ab, oder? Sonst vergehen die noch, ne? DB4 Zagato, den nehmen wir natürlich gerne mit. Von DB wurden nur 19 Stück gebaut. Nur 19, mehr nicht. Bei der letzten Versteigerung wurden fast 10 Millionen Pfund dafür gezahlt. Kein schlechter Pfund für einen Waldspaziergang, oder? Das stimmt. Und ich glaube, wir werden auch sehr, sehr, sehr bald mal eine Klassik-Folge machen. Also, mit so schönen Fahrzeugen. Ähm, ja. Und dann haben wir natürlich noch den Ebreza 22B-STI. Den nehmen wir natürlich sehr gerne mit. Viel Spaß. Aber sei vorsichtig, okay? Der letzte Besitzer hat wohl in einer Kurve etwas übertrieben. Das ganze Hinterrad samt Aufhängung war weggerissen. Ich war so nett und habe alles wieder repariert. Dankeschön, Alex. So, und ich glaube, einer ist noch in Bearbeitung, würde ich glaube ich meinen, oder? Einen haben wir doch noch. Naja, egal. Auf jeden Fall, wir tunen jetzt ein bisschen. Gucken mal, was wir denn so machen können beim Stinger. Motor geht auch wieder zu wechseln. 6,2 Liter V8 oder ein 3,8 Liter V6 Twin Turbo. Wir bleiben aber beim Serienmotor. Könnten auf Allrad gehen. Machen wir jetzt aber auch nicht bei dieser Limousine. Bleiben wir schon mal beim Heckantrieb. Könnten vorne Forza Splitter anbringen. Unwahrscheinlich den Forza Flügel. So ist es. Machen wir jetzt aber alles erstmal nicht. Ja, Reifen würde ich sagen. Nehmen wir Sportreifen. Oh, müsste ein bisschen mehr Krip. Ja, ich glaube, Rennreifen wäre dann ein bisschen zu viel. Das ist gut, wobei. Ja, doch, ist ein bisschen zu viel, glaube ich. Nehmen wir Sportreifen, machen die schön breit, würde ich sagen. 275 vorne und hinten 305. So, jetzt noch schöne Sportfelgen nehmen. Wobei ich eigentlich die Serienfelgen ganz geil finde. Ich glaube, ich lasse die sogar. Ähm, dann machen wir einfach nur eine leichte, verbesserte Variante. Äh, ja. Getriebe machen wir noch rein. Diff machen wir noch rein. Und dann gucken wir mal weiter. Bremsanlage würde ich ganz gerne hier Rennbremsanlage machen. Und auch bei den Federn, Rennfedern, Rennstabi und so weiter und so fort. Ja, anderes Thema, während ich hier so ein bisschen einbaue, ein bisschen tune. Ähm, boah, ich glaube, ich würde sogar fast gerne die maximale Gewichtsreifen. Aber das ist ein bisschen arg viel, ne? Lieber noch ein bisschen was am Motor machen. Machen wir so. Ne, hat mich natürlich die letzten, äh, die letzten Folgen schon gewurmt, dass die Videoqualität, äh, stellenweise echt sehr schlimm war. Und wie gesagt, das liegt am YouTube-Codec. Und ich bin natürlich trotzdem am Versuchen, das zu verbessern. Und, äh, eine Möglichkeit ist tatsächlich die heutige Folge. Ihr hört es vielleicht schon an der Mikroqualität. Die ist ein bisschen anders. Das liegt daran, dass ich jetzt mit dem selben Aufnahmeprogramm aufnehme, wie ich zum Beispiel die D-Crew 2-Folgen mache. Ähm, die, da müsste die Qualität auf jeden Fall nochmal einen Ticken besser sein. Und ich bediene mich noch eines Tricks, was auch einige Nutzer geschrieben haben. Ich soll das doch bitte machen. Und das ist eigentlich auch schlau, weil das tun auch einige andere YouTuber. Und zwar, ich nehme mit Full-HD auf, weiterhin. Aber ich skaliere quasi das Video im Schnittprogramm auf WQHD, also 1440p hoch. Und damit bekomme ich von YouTube einen besseren Codec. Und dadurch sieht das Bild, trotz dass es nur hochskaliert ist, ne? Ich glaube, jeder, der auch bei Paint schon mal ein Foto großgezogen hat, weiß, die Qualität ist nicht die beste. Aber dadurch, dass ich eine bessere Bitrate bekomme, also eine bessere Abfolge von Bildern, ähm, dürfte die Qualität jetzt unterm Strich trotzdem besser sein. Ich werde das aber auch als Hinweis in die Videobeschreibung vermerken. Das heißt, wenn ihr irgendwann mal jemanden seht, der in die Kommentare schreibt, das sieht aber gar nicht so gut aus wie richtiges WQHD, dann könnt ihr einfach denjenigen darauf hinweisen. Da wird jetzt einfach stehen, halt, dieses Bildmaterial wurde in 1080p aufgenommen und aufgrund der besseren Bitrate eben hochskaliert. Und ich habe es getestet gestern Nacht noch. Echt, ich glaube, zehn Qualitätschecks, Aufnahmen gemacht. Und am Schlussendlich war die tatsächlich die beste. Und auch, ihr müsst gar nicht auf WQHD stellen. Ihr könnt weiterhin auf FullHD die Qualität lassen. Die Qualität sieht trotzdem besser aus als das, was zuvor da war. Man hat zwar immer noch hier und da diese Fragmente, aber es ist deutlich geringer. Und, äh, ja, und deswegen hoffe ich jetzt, dass ihr einfach ein besseres Bild genießen könnt. So, das an der Stelle mal erwähnt. Jetzt bauen wir aber mal noch weiter. Und nein, wir nehmen noch immer nicht am Forza-Ton-Live-Teil. Das werden wir aber sicherlich bald tun. So, jetzt erst mal. Ähm, Abgasanlage, Sportfilter, ne? Dass man schön einatmen kann und auch entsprechend das Ganze auch wieder schön rausgeht. Dann beim Turbo, das Wind-Turbo, könnten wir auch ja mal überlegen. Boah, da macht es aber schon viel aus, ne? Aber geil wäre es schon, oder? Ah, wobei... Hm, nee, ich glaube, ich mache eher Hubraum. Äh, machen wir immer vollen Hubraum. Und dann Nockenwelle einmal. Ich glaube, dann nehme ich mal Nockenwelle. Komm. Können wir jetzt eventuell, hupsala, noch hier das hier noch ändern? Nee, geht nicht. Also, wie gesagt, wir müssen jetzt halt auf A800 aufbauen. Aber ist ja nicht schlimm. Muss ja nicht immer alles Maximum sein. Nö, geht. Ist alles gut. Wunderbar. Installieren wir. Kaufen wir. Und dann passt das. Ja, ich bedanke mich auch an der Stelle nochmal für immer für das Feedback bei euch. Wenn ihr sagt, hey, das passt nicht und so weiter. Ich, wie gesagt, ich bin ja auch immer, äh, natürlich auf der Suche, die Qualität dann entsprechend gut zu liefern. Das soll euch ja schlussendlich auch unterhalten. Das heißt, wenn ihr jetzt irgendwas feststellt, auch in der heutigen Folge, wo ihr sagt, hm, das klang jetzt komisch oder das sah komisch aus oder so. Guckt da nochmal drauf, dass ich da halt einfach auch nochmal selber es durchchecken kann. Ähm, ja. Wäre auf jeden Fall cool, wenn ihr da auch, wenn ihr was merkt. Negativ wie positiv. Wenn ihr jetzt auch sagt, boah, krass, sieht tausendmal besser aus wie vorher, ja, lasst mich auch gerne wissen. Ach, selbstverständlich. So, ähm, ja, was ich mich auch noch bedanken möchte, ist das Autowunschformat. Das Twiff kam bei euch, äh, gerade auch bei vielen neuen, äh, Zuschauern, vielen neuen Abonnenten. Erstmal herzlich willkommen auf dem DiePixel-Helden-Kanal an alle Neuen. Ähm, richtig gut an. Ähm, wir haben jetzt schon über 1300 Autowünsche. Also, das heißt, die erste Twiff-Folge wird sehr, sehr, sehr bald kommen. Vielleicht auch heute schon, wer weiß. Also, da lassen wir uns mal überraschen. So, dann wollen wir auch noch ein bisschen was einstellen. Und ja, wie gesagt, viele haben sich auch, oder haben schon gesagt, äh, dass ihr ein Tuning-Guide wollt. Oder so eine Tuning-Kurze-Tuning-Erklärfolge. Die wird kommen, keine Sorge. Aber lasst mir da noch ein bisschen Zeit. Ähm, Autolackieren. Gucken wir mal, was der Kios-Dinger, für was für Farben der eigentlich kommt. Mich interessieren. Okay, blau noch. Grau, ding, ja, nö. Lassen wir mal rot, warum nicht? Und jetzt gehen wir endlich mal raus. Ja, lang genug jetzt hier drin verbracht. Wenn wir jetzt noch eine ganze Meisterschaft angeblich vor uns haben. Und jetzt ist auch schön Nacht geworden. Wunderbar. Dann fahren wir doch da mal hin. Äh, und wenn wir auf dem Weg sind, kaufen wir doch gleich mal noch das Haus hier, oder? Komm, das wollten wir sowieso mal kaufen. Also machen wir es auch gleich. Ups, oder? Fahren wir hier lang. Also ich finde, Kios-Dinger ist auf jeden Fall eine schöne Sportlimousine. Fällt mir richtig gut. Ich hoffe euch auch. Oh, was macht er? Da war ein Fels. Den habe ich gar nicht gesehen. Ich glaube, wir müssen doch nochmal ein bisschen Feintuning-Hunt anlegen. Ähm, ich habe ja nur so einfach so nach Gefühl mal ein bisschen was eingestellt. Ähm. Und zwar werden wir da vorne mal Stabi ein bisschen weicher machen. Das können wir auch ein bisschen ändern. Und das da auch. So. Und da haben wir auch eigentlich wieder einen Scheunenfund. Aber jetzt gucken wir erstmal. Jetzt kaufen wir uns erstmal das Haus. Dann schauen wir mal weiter. Ja. Ups, 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 ups. Uah. Boah, aber in der Nacht, ne? Der neue Schattenwurf oder dieser richtig berechnete Schattenwurf. Finde ich überhaupt so viel geiler jetzt. Vergleich zum Vorgänger. Na, wenn man das Auto hier so sieht. Wie es, guck mal, an die Wand zum Beispiel gestrahlt wird. Ja, nice. Ja, so ein Traktor fällt auch noch spät in der Nacht durch die Gegend. Aber was ich noch cool finden würde im Spiel, jetzt muss ich nochmal ganz kurz doch nochmal aufs Pausenmenü gehen. Hier seht ihr ja mal links das Wetter und eben entsprechend wie viel Grad es hat und so weiter. Da fände ich noch cool, wenn so die In-Game-Uhrzeit stehen würde. Dass man so weiß, ah, guck mal, jetzt ist so und so viel Uhr im Spiel. Fände ich cool irgendwie. So, jetzt kaufen wir uns das Haus. Weiterer Besitz. Haus ansehen. Dann haben wir uns schon mal angeguckt. Ist ja eigentlich relativ, relativ günstig. 200.000 kaufen wir. Vor allem kriegen wir grüne Gummistiefel. Hallo, was will man mehr? Ich kümmere mich um den Papierkram. Dieses Haus steht seit Ewigkeiten zum Verkauf. Schön, dass es jetzt in guten Händen ist. Ich weiß nicht, ob du möchtest, als möchtest. Ja, komm, machen wir einfach. Ist doch egal. Und ich glaube, wir haben auch neue Spins. Die drehen wir doch auch mal gerade. Die Spins, vom letzten Mal habe ich alle schon mal weggedreht, weil ich dachte, ich will nicht immer alle drehen in der Folge. Wobei, sagt mir da einfach Bescheid. Wollt ihr die Spins immer alle sehen? Oder soll ich auch manchmal mal Offscreen machen? Weil ich glaube, irgendwann wird das halt richtig viel. So, ein Super-Wheelspin. Machen wir auch noch. Hoffentlich was Geiles, hoffentlich was Geiles. Ein Caterham R500 Vorzeite ist schon okay. Ja, nehmen wir mal mit und sonst wieder halt, ja. Egal. Reden wir nicht drüber. Meine Theorie ist, irgendwann hat man alles. Ja, von diesen Emotes und sonst sowas. Und dann kann man die gar nicht mehr gewinnen. Und dann haben wir die auch gar nicht mehr zu auswalten. Wenn ihr versteht, was ich meine. Aber naja. Jetzt gucken wir mal. Jetzt gucken wir mal, was auf uns hier wartet. Schön, dass du dir deine erste Saisonmeisterschaft ansehen willst. Wir haben die Sache mit ein paar neuen Herausforderungen ein wenig aufgemischt. So leicht wollen wir es dir ja nicht machen, oder? Also erreiche im Rennen im Rennen gegen Dreibatare durchschnittlich den dritten Platz, erreiche im Rennen gegen Dreibatare sehr erfahren, Schwierigkeitsgrad den ersten Platz und Experte den ersten und kriegst du das. Ja, das ist voll geil eigentlich. Und du hast immer noch Meisterschaften, weil das war die Frage, gibt es noch Meisterschaften? Ja, es gibt noch Meisterschaften, wie man sieht. Das ist ja... Und da kann man jetzt auch zur normalen Veranstaltung wechseln und so. Nö, das ist ja geil. Man kann auch tatsächlich mit Koop machen. Dann muss man aber unschlagbare nutzen. Und beim PvP ist es auch nochmal anders, aber die Preise sind dieselben. Ja gut, dann kann ich Dreibatare machen. Okay, das ist ja geil. Schön, dass du dich für eine weitere Herbstmeisterschaft angemeldet hast. Ich versuche mir Zeit im Terminkalender freizuschaufeln, um dich fahren zu sehen. Ja, dann nehmen wir hier unseren Stinger. Man sieht hier auch eben der Giulia Quadrifuglio haben wir auch noch. Vielleicht fahren wir die auch einfach noch am Ende ein Rennen oder so. Weil die ist ja auch schon fast auf 800 getunt. Wollte ich schon sagen, die Serie ist schon fast 800. So. Dann schauen wir doch mal, was der Kia so kann. Ich finde den Namen eh so geil. Stinger. Sticht. Wie, weiß ich was. So. Oh, jetzt habe ich gar nicht auf den Schwierigkeitsgrad geguckt, aber ich glaube, ich habe noch... ...Pro drin. Pro ist ja der Zweithöchste. Aber der, ich glaube, Experte war verlangt. Experte müsste der Dritthöchste sein. Wenn mich nicht alles täuscht. Aber ich glaube, das passt schon alles. Jetzt müssen wir trotzdem erstmal gucken, dass wir hier... ...das Hinbekommen. Das ist wieder diese enge Strecke. Die sind wir ja schon mal gefahren. Die anderen Strecken werden, glaube ich, aber neu sein, die wir dann fahren. Aber es ist cool, dass eben so... ...meisterschaften jetzt über dieses... ...saisonalen Dinger reinkommen. Finde ich geil. Die Frage ist nur, kann man dann halt später über das... ...Blueprint-Feature auch selber solche... ...Geschichten erstellen. Das würde mich halt auch noch interessieren. Und da auch nochmal die Erwähnung... ...dieser Checkpoint... ...ich weiß nicht mehr, wie der offizielle Name ist. Also es ist auch im Zuge des Blueprint-Features... ...kommt das Ganze. Aber ist quasi dieses Feature, wo man selber die Checkpoints wählen kann. Also wirklich komplett eigene Ränder erstellen kann. Nicht nur die Rahmenbedingungen festlegen, sondern wirklich... ...das Streckenlayout festlegen und so weiter. Ähm, das kommt halt, wie gesagt, erst nach Release. Weil da sind sie noch nicht so hundertprozentig fertig geworden mit. Und sie sagen halt, sie möchten das Ding halt... ...nahezu bikefrei rausbringen. Und man kann sich halt vorstellen, so ein Feature... ...birgt natürlich oder... ...oder ja, birgt gerne viele Bugs. Was ich auch verstehen kann. Und warum fährt eigentlich immer in diesen Rennen ganz vorne so ein Volvo auf und davon? Diesmal ist es jetzt der Treiber-Tar von Lukas. Letztes Mal war es der Treiber-Tar vom Rampi hier vom Kanal. Und ja, auch nochmal der Hinweis. Ich glaube, ich habe es im Video noch gar nicht erwähnt. Ich habe es nur mal unter dem Video geschrieben. Unser erster PXH-Club ist bereits schon voll mit 2000 Mitgliedern. Also vielen, vielen, vielen Dank. Und das Coole ist, ich habe mal reingeguckt in alle Clubs, die bis jetzt schon erstellt wurden. Wir sind der erste Club, der ihn voll... ...also der voll gemacht hat. Sehr geil, ey. Also wir sind der erste Club weltweit, der voll ist. Das ist mal voll geil. Eigentlich müsste ich da noch einen Twitter-Tweet raushauen. Ich glaube, das mache ich noch. Mit Screenshot-Beweis und so weiter. Jetzt wollte ich ein bisschen zu viel. Ne, also wird nur der zweite Platz leider. Aber ich glaube, bei den anderen Rennen, wo es ein bisschen mehr auf Topspeed ankommt, sind wir etwas besser... ...dabei. Gegen den Volvo F... ...F60, V60 natürlich. Okay, ja. Und hier auch mit Punkte, wie wir das alles kennen. Sehr schön. So, das haben wir schon mal. Die nächste Strecke. Das haben wir ja jetzt gemacht, oder? Ja, das haben wir jetzt gefahren. Aber das steht jetzt halt nicht, dass wir das schon... Das ist ein bisschen... Das ist ein bisschen verwirrend. Vor allem, wo finde ich jetzt die anderen Rennen? Also hier ist Nummer eins? Ja, aber die muss ich jetzt alle so suchen, oder wie? Ist ja auch doof. Ist ja kein... Also das war ein bisschen besser gelöst im Vorgänger. Da hat man immer gleich gesehen, okay, das ist meine aktuelle Meisterschaft. Ähm, ja, egal. Also hier haben wir nochmal eins und eben da oben das eine nochmal, ne? Wenn ich das richtig sehe. Ja, okay. Dann machen wir jetzt das hier. Und dann müssen wir sowieso durch das Gebiet fahren, wo die Scheune ist. Dann nehmen wir die Scheune nämlich auch noch grad mit. Hätte ich jetzt gedacht. So, und ich sehe jetzt gerade bei der Vorschauaufnahme, dass das ein bisschen leckt, kann das sein. Ja, das wäre jetzt nämlich nicht so cool. Also bei mir leckt es nicht, aber bei euch vielleicht. Also wie gesagt, ist halt der erste Versuch jetzt mit dem anderen Test aufzunehmen. Also ich hoffe jetzt, dass es nur in der Vorschau leckt und nicht tatsächlich bei euch leckt. Das wäre nämlich nicht so cool. Und vielleicht hat es das auch grad eben schon. Also wie gesagt, wenn es leckt, dann tut es mir leid. Ich bin, wie gesagt, auf der Suche, es möglichst gut zu gestalten. Also bei mir läuft alles flüssig, denn, naja, das ist immer ärgerlich, man. Sowas ärgert mich immer. Du bist halt einfach immer so ein bisschen machtlos, wenn es um die Technik geht. Ich hoffe jetzt nur, dass die Vorschau bei mir so ein bisschen leckt und bei euch das Bild aber sonst leckfrei oder ruckelfrei ist. Da ist auch das Geburt. Guck mal, jetzt haben wir es zum ersten Mal. Bam, direkt haben wir es gefunden. Geil. Da kann man, doch, da kann man auch durchfahren, aber ich glaube, ich brauche ein bisschen mehr Tempo. Nein. Wie geil, Jaguar XJ-220. Nice. Nice. Das ist ein Jaguar XJ, glaube ich. Was ist das da vorne? Entweder der Typ ist in den Heuballen gefahren oder hat er drin Hühner gehalten. Schaffen wir ihn hier raus. Ich bringe ihn in den Fuhrpark. Mal sehen, ob ich ihn wieder hinbekomme. So, ich muss mal ganz kurz hier einstellen bei mir. Ja, wie gesagt, ich hoffe, bei euch läuft's flüssig. So, egal. Weiter geht's. Zwei Rennen haben wir noch. Noch mal, das Alcantara sieht auch nice aus da. Oder ist es überhaupt Alcantara? Oder halt dieses Stoff-Dingens? Ich weiß nicht. Ich glaube, es soll Alcantara sein. Nice, nice, nice. Oh, Aua. Also, ich habe unglaublich viele Testaufnahmen gemacht. Wie gesagt, zehn Dinger habe ich getestet und weiß nicht was. Und da lief alles. Und dann dachte ich, so jetzt passt's. Und ja gut, vielleicht ist meine Sorge auch unbegründet. Ich hoffe es zumindest. Ansonsten muss ich halt weiter suchen. Ne, Leute? So, dann schauen wir mal. Also, man muss quasi das schaffen. Ne, für die Saison ist das, ne? Für die Saison. Oder in dem Rennen jetzt. Ey, ich verstehe es selber nicht. Ich verstehe es selber nicht so ganz. Also, ich muss jetzt auf jeden Fall Erster werden. Dann sehen wir ja, was passiert. Aber gar nicht so einfach, das zu schaffen. Deswegen muss ich mich jetzt sputen. Das war's. Okay. Ja, das ist gut. Das Problem ist halt immer in diesen Meisterschaften, dass man halt so weit hinten startet, dass man sich immer durch dieses Feld kämpfen muss und die Rennen meistens dann dafür zu kurz sind. Auf diesem höheren Schwierigkeitsgrad. Immer wenn man mal ein bisschen mehr Schwung versucht mitzunehmen. Dann sind die meistens im Weg. Die Hälfte haben wir. Platz 5 haben wir schon mal. Das ist scheiße schwierig. Wenn man jetzt wirklich den Druck hat, gewinnen zu müssen für die Belohnung. Machst du einen so dummen Fehler und schon ein bisschen so wieder alle... Ja, schon mal zu weit raus. Ne, das schaffen wir nicht. Niemals schaffe ich jetzt noch alle 3 zu überholen, oder? Wobei, die haben jetzt alle den Fehler gemacht. Jetzt bin ich hier außen. Blöd. Nein, jetzt ist er... Da nutze ich jetzt ein Flashback. Jetzt ist er genau da vorne dran gefahren. Das gibt's noch nicht. Ne, das schaffe ich nicht, oder? Ne. Boah, da verlieh ich sogar jetzt noch mehr Plätze. Ja, super. Scheiße. Boah, das ist mega schwer, ey. Mit dem Kio Stinger hier tatsächlich so ein Rennen zu gewinnen. Boah, wir haben jetzt auch echt, echt wenig Punkte bis jetzt in der Meisterschaft. Also, ja, ist knackig, muss man sagen. Die Meisterschaft ist knackig. Aber wie gesagt, mich würde interessieren, ob man diese Belohnung jetzt für jedes Rennen bekommt oder halt für die Meisterschaft. Das würde Sinn machen für die Meisterschaft. Aber, naja. Wir werden es noch rausfinden. Es sollte nicht die letzte Meisterschaft sein, die wir jetzt machen. Ich denke, wir werden in der nächsten Folge auch nochmal so eine Meisterschaft angehen. Nur dann halt mit einer anderen Rennklasse. So, jetzt gucken wir nochmal. Vielleicht gewinnen wir mal was Cooles. 150.000 nehme ich gerne mit. Und dann, ja, da oben sind wir ja auch schon richtig, ne? Genau. Oder sind wir das gerade gefahren? Ne. Wir sind das da unten irgendwo was gefahren, oder? Blöd. Ja, das ist, glaube ich, richtig. Das andere ist jetzt nämlich weg. Ne? Das sieht man jetzt gar nicht mehr, wenn ich das richtig erblickt habe. Naja, egal. Zum Erleide, dass ich so ein bisschen durch den Plan wirke. Aber ist auch neu für mich. Und, äh, ich will ja halt nichts falsch machen. Ne? Gucke mich halt nochmal so nach und genauer und so weiter. Und sofort. Und sofort. Aber da steht, erreichen im Rennen. Ja, im Rennen kann aber bedeuten, in einem Rennen, ne? Aber, ne, egal. Wir machen das jetzt mal. Nein, ich nehme den jetzt trotzdem nicht. Weil der ist in all den Werten besser, ne? Außer Topspeed. Komm, wir nehmen... Okay, ich nehme ihn doch jetzt mal. Wobei, eigentlich will ich ihn doch nicht... Ne, jetzt habe ich ihn schon gewählt. Jetzt habe ich ihn schon... Jetzt habe ich ihn schon gewählt. Was soll's? Die Julia. Eigentlich wollte ich sie... Eigentlich hätten wir beim Stinger bleiben müssen. Wären wir ihn schon aufbauen. Kann ich es nochmal wechseln, das Auto? Vielleicht geht es nochmal raus. Kann ich nicht. Doch, Rennen verlassen. Wir werden auf jeden Fall die Julia noch machen, aber... Wie gesagt, ne extra, extra Folge. Können wir aber kurz den Motor aufholen lassen. Ein paar Meter fahren. Richtig schönes Auto. Richtig, richtig schön. So, jetzt aber nochmal. So, jetzt muss es einfach mal gelingen. Ein Sieg. Auf ganzer, ganzer Linie. Müsste doch jetzt auf jeden Fall klappen. Schwierigkeit ist halt Profi, ja. Also wie gesagt, Experte wird eigentlich verlangt. Ne, ich bleibe bei Profi. Ganz ehrlich, wenn ich es nicht schaffe, wenn ich es nicht schaffe, dann schaffe ich es nicht. Aber jetzt Zähne zusammenbeißen und dann klappt es. Drei Runden fahren wir. Genau. Ja. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich muss aber sagen, die Strecke gefällt mir auch richtig gut. Die hat so eine echt schöne Mischung irgendwie so aus allem ein bisschen drin. Du hast schnelle Abschnitte, du hast so Art Schikanen, sage ich jetzt mal. Schöne Höhenunterschiede. Die Strecke gefällt mir echt sehr, sehr gut. Martina auf der Strecke, was will man mehr? So, durchziehen. Und jetzt wissen wir leider des Rätsels Lösung immer noch nicht, ob man das für ein Rennen bekommt oder für die Meisterschaft. Soll ich mal gucken, ob ich überhaupt in der Meisterschaft Meister geworden bin? Ja, mit zwei Punkten Vorsprung. Super Limousin-Tour abgeschlossen. Okay, ja, erst am Ende wird es jetzt abgefragt, ne? Wenn ich das richtig verstehe, dann... Ich glaube schon, dass man in einem Rennen es schaffen muss, damit man es am Ende für die Meisterschaft bekommt. Würde auch Sinn machen, alles andere wäre ja auch ein bisschen komisch. Aber wie gesagt, wir werden es noch ausfinden, das soll jetzt nicht die letzte Meisterschaft sein, die wir fahren. Denken wir, wenn wir in der nächsten Folge noch mal so eine Meisterschaft angehen, in einer anderen Klasse. Und dann werden wir da schon schlauer sein. So, Straßenrennen Runde 8. Sehr cool. Mir gefällt dein Fast-Deal, weil ich jede deiner Qualifikationsrunden schon so lange im Voraus vorbereiten kann. Deinem Kalender wurden neue Veranstaltungen hinzugefügt. Ja, sehr schön. Ja, gut, Leute, dann... Oh, das Modell sieht ja auch geil aus. Ja, dann würde ich sagen, das soll es gewesen sein mit der heutigen Ausgabe, beziehungsweise mit dieser Folge, nicht mit der heutigen Ausgabe. Es wird noch mal eine Folge heute geben. Da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Ich bin jetzt aber erst mal raus an der Stelle. Und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.